Ja, hallo liebe Freunde bei der Formel 1.2.17. Wir befinden uns kurz vor dem Quali. Hi, wie geht's? Hier hast du die Ziele für das Qualifying am Wochenende. Qualifying 12 oder besser. Gut, eigentlich sollten wir beim Qualifying bis ins Q3 vorstoßen können, so wie wir das gesehen haben. Gehen wir mal kurz in die Entwicklung. Ja, die MGU. Okay, ist auch schon etwas angeschlagen. Sollte aber auch kein Problem werden. Okay, wir gehen mal ins Qualifying. Mal schauen, wie wir uns durchschlagen. Wir begrüßen unsere Zuschauer aus aller Welt bei diesem F1 Qualifying hier in Shanghai, China. Okay. Sollte das in Ordnung aus. Wir nehmen mal... Ja, wir lassen die Reifen drauf. Die Strecke ist derzeit frei. Wir können loslegen. Gut, wir gehen mal raus auf eine schnelle Runde. Die Strecke ist derzeit frei. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Du bist gerade die bislang schnellste Runde gefahren. Zauberer Arbeit! Schauen wie weit das reicht. Ah ja, 1.38. Uuuh, wir schaffen das Q2. Also, ab ins Q2. Das 1 ist... Oh, das 1 ist... Ich glaube auch noch knapp drinnen. Also, Teamkollege ist noch knapp drinnen. Also, das heisst, wir sollten eigentlich locker ins Q3 reinkommen. Okay, wir gehen gerade raus. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Zauberer? Okay, wir gehen. Das war's. Vielen Dank. Okay, und dann hat es noch um 30 gefahren, und dann geht 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 es noch um 30 gefahren. Das war ich mir und dann geht es noch um 30 gefahren, Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Mal schauen, ob die Zeit reicht. Könnte wahrscheinlich knapp sein. Wir sind auch da. Unsere beste Runde liegt jetzt bei einer. Ja, müsste die eigentlich noch relativ schneller fahren. Schauen wir vielleicht rechts. Die verbissen ihre Zeit ja auch nicht mehr gross. Eigentlich müssten die Nubau schon mal überholen. Ich glaube wir sind da eigentlich sicher drin. Ja. Ja, Freunde wir haben das Q3. Q1 ist draussen. Schauen wir mal ob wir den Wagen auf Pol kriegen. Ja. 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020